bester auftritt ever gerne Ich kam her, um die Bulli-Monks für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Manor setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konkretation mit Jack überlebt, wo Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboter-Auge geben würdest? Was? Ja, ja. Gut. Ja, durchfasset mal die Gegend. Ja, versteht Geschäft. Ja, er ist eindeutig da. Wir müssen das hier mit dem hier verbinden und... Äh... Das war's auch schon. Haha, ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Ich habe mein Augenlicht wieder. Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Es ist Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Centuary zusammentun. Kann man hier drei verkriechen? Der stöhnt denn hier so. Ich? Tobi? Ja. 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 Wie viel Geld habe ich einen? Achter. Scheiße, ich kann mir die da nicht leisten. Ich? Ja. Was steht dem Nachlaufen? Hm, ja, aber der wartet bei, äh, dann... Das ist so geil! er war war genau die Zeit für die Feier ich werde auch irgendwann in Schliefern nicht wer das mal als nein wir können die Feier gibt's nicht ich mach dir keinen Schaden wenn ich auf dich schieß wir haben das ist ja dann denn ist wenn die Feier aus ich werde auch später immer auf euch ballern weil ich einer meiner Skills ist dass ich euch heile wenn ich auf euch schieße ah ok gut zu wissen heißt wenn mir irgendwas in den Rücken schießt weiß ich ja also das wird dann so sein dass du dann in der Mitte stehst ganz vorne und ich werde auf dich schießen genau und mich wird man nicht sehen ich bin am Arsch der Welt drücken jemand anders schießt mir von vorne gegen den Rücken ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten sprich stattdessen einfach mit mir ah reden so oldschool warte mal ich muss mal kurz die das Audio hier ist noch bisschen lauter machen ähm ich bin du stimmst da mal rum das ist unglaublich ja ich habe mir auch gedacht vorhin als ich auf das Haus hochgeklettert habe beim Springen sie jedes Mal so ey ist das meiner ja ist sie meine Macht fängt so es kommt mir jetzt besser ok äh wollen wir weitermachen ja los geht's ok ja jetzt bekommen wir Schilder in den in dieser Stadt war mal ordentlich was los aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen zumindest die meisten von ihnen Captain Flints Männer töteten jeden der blieb oh nein Tobi willst du immer die Mission annehmen und irgendwie und ich habe ein Ok ich bringe in die Sachen der Leiten die Jack in Clature ablegt er quält mich dafür nicht beim Ernst willst du sie doch noch annehmen so wird's laufend hab ich noch ne ich hab's nicht ich hab's jetzt selbst angenommen ja ich hab's den gerade ausfreen lassen ok m ne machen wir erst die Schlucht ja machen wir erst die Schlucht ok kommt zu mir 1 2 3 wollen wir springen wir springen Schirrodi Balls Überraschung läuft bei uns der ist so geil wenn er irgendwie One-Shot macht dann sagt er so Opfer da ist noch einer sind ich weiß nicht irgendwie Tobi die Pistole gerade ja ich weiß nicht ob ich jetzt auf Schrotflinte oder auf Pistole gehen soll ich weiß nicht die Schrotflinte macht halt extrem mehr Damage im Nahkampf ja aber die Pistole ist halt auch ein bisschen ziel sicher auf Entfernung ja ja du kannst ja beides machen ok jetzt müssen wir sie wieder hoch umsprünglich Raketenwerfer und egal ich glaube ich mache Raketenwerfer und Schrotflinte mach was doch ich bleib dabei egal wenn du irgendwann eine geile Waffe findest dann nimm die einfach und sie teilt ja es sei denn es ist ein Naipa mhm er wird doch nicht nach mir du Aua 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 hey wie kann ich noch mal heilens Scheißzeug ähm Moment nein nicht Moment ich hab nur noch elf wo bist du denn tot genau äh wenn du tot bist kannst du Warte kill den ein, kill den ein, kill den ein ja oder ich heftig Hasing oh ja geil wir sterben gerade alles ja ich hab halt nur elf ja ich stehe ja gerade mit die ganze Zeit in meiner Schrotflinte ich komm Tobi geh bitte zum schwarzen Brei zurück ich hab keine Munition mehr dann ist so sehr verbunden okay jetzt ernsthaft wie hält man sich man kann sich ja nicht heilen nicht man kann sich ja nur glaube ich nur heilen was ich so ja ja durch die ähm in jedem Rollenspiel würde ich wetten dass hinter dieser Wand hier irgendwas ist aber ja nicht weil ich hab's echt zu lange nicht mehr gespielt gell das ist der Hammer ist echt der Hammer das ist voll krank ja komm das letzte Mal haben wir mit Matty gespielt also ich hab's währenddessen einmal kurz angespielt ähm oh Belohnung bitte lass Käpt'n Flint so langsam wie möglich sterben ja Ui Sniper wenn du hier draußen eine Weile überleben willst brauchst du einen besseren Schild mein untertäglichster Vorschlag besuche den alten Crimson Raiders Sarah willst du den die Maschinen Ding ja bitte äh warte äh ging das nochmal äh Q der Typ ist echt zielsicher mit dem Messer ich bin froh dass der nicht in unserem Team ist äh die ist bis hier hinten geflogen Sarah wo hier ich kann sie gar nicht ach ich hatte so viele Waffen warte mal ich muss mal was rausschmeißen ja schon gib mir mal eine ich hab gar keine ich hab nur eine kann man eigentlich irgendwie äh es gibt da unten so Ausrüstungsslots also unten bei aus äh bei ausgerüstet gibt's so Slots mit einem Schild einer Granate irgendeinem Diamanten oder so und einem Körper genau was kann ich da reintun äh ein Schild eine Granate ein Diamant und ein Körper ne er braucht jemand von meine ist besser die ich selbst gefunden habe okay ähm aber danke braucht jemand ein Schild oh ja nee warte kann ich Schild und Schrotflinte gleichzeitig verwenden nicht oder ja 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 klar ja Schild ist unten extra genau ah cool dann würde ich den Schild nehmen wenn das okay ist ja ja dann nehmen wir ihn ich hab ja ein Schild das müssen wir jetzt erstmal okay ist ausgerüstet äh belaste dich dein vieles Geld ja sooo gut jetzt hab ich auch wieder Munition oh warte ich brauch Muni apropos mhm das ist hier bei der Tür ich find grad irgendwie nur Schild aber Munition was denn ach ne scheiß wo ist hier ah was denn hä meine Waffe ist riesig ach so ah ja ja voll geil äh wo hat der Typ Munition hier nee hier äh hier bei uns immer da wo das Kreuz ist ist äh Heilung natürlich und da wo also das steht immer drauf genau okay gut was hast du für Munition oh jetzt hätte ich fast Sniper gekauft ich dumme das ist jetzt knapp shotgun ich brauch ja shotgun oder mhm oh Gramaten oh du stöhnst da rum das ist unglaublich das bin jetzt aber nicht ich gewesen ich auch nicht möchte ich so festhalten okay halt's fest okay warte äh schauen wir mal nach den äh was für ein ah genau das machen wir zuerst wir machen jetzt diese machen wir erst ähm links ach so also warte ich äh lese mal die ähm Quests vor die wir haben wir haben einfach äh beschilderte Gefälligkeiten da bekommen wir was bekommen wir da nur ein Skin dann äh die ähm beste Handlanger Handlanger aller Zeiten das ist halt die Hauptquest und dann du hast die Haare schön da bekommen wir entweder Schrotflinte oder Sniper ähm machen wir ja das kann man abschießen ja wo bist du ach da ähm ähm ich glaube ich hab uns Ärger verschafft toll das hat er die Vögel hergeholt okay Skackbratzen ey wollen wir erst ähm die hier links den das sieht das Zeug machen bevor wir die Hauptquest machen Orkau Scheiße voll die hab ich jetzt aber nicht herangeholt die hab ich nicht eingeladen voll daneben die ganze Seite hey die bewegen sich jetzt überstehen bleiben hier wow ein Schiss und tot so macht man das so ähm ja das äh oh da kommen immer mehr ich sag's mal was wollt ihr eigentlich hier so also die Hauptquest ach scheiße ja Tobi die Hauptquest und das du hast die Haare schön das äh die Quest die wir von jetzt den Cowboy da drüben bekommen haben äh das ist beides äh auf links also da wo die die Hauptquest ist rechts da wo du grad hinläufst das ist die Hauptquest achso ja ja deswegen würde ich erst hier links laufen also gleich ich schieße jetzt mal nicht auf den Typen nee bitte nicht genau das war die Message ja aber an sich können wir durch das kleine Dorf gehen das ist schon okay äh und da drüben die Typen die da links sind darf ich die am Knall was soll ich erst das hier machen weil rechts das da hinten das Dorf ist ja die Hauptquest ja ich ich meinte auch den kleinen Vorpassen das ist nicht die Hauptquest achso ja Sniper wo nein ich meine du sollst snipern ja mit einer Pistole geht das nicht ja du hast einen Sniper nee zu verarschen das kann es nicht ja woher denn ich glaube da oben ist ein Raketenwerferboy ah ne doch nicht ich bin schon wieder gleich tot tot ey vor allem schon wieder einmal wow Hanna hat keine Ahnung ah shit ich helfe dir danke Tobi bitte so wow 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 was war das denn wow keine Ahnung das war Handgranate ich hab ja auch Hisse Handgranate ich hab mir wie kann man Handgranaten eigentlich werfen ich weiß gar nicht ob ich eine habe geh aber die musst du brauchen genau wir haben noch keine doch ich schon ja ja cool ich hab mir eine gekauft also drei nein Tobi was denn ich dachte da wäre Geld drin und das will ich haben natürlich ich vergaß der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf nachdem Claptrap versucht hatte sich darin zu integrieren nein das war du hast du hast die ganze Zeit nur drauf geschaut ja ich das kam nicht hey da hinten ist eine Leckobahn hier ist hier ist Leben Leben ich brauche Leben wo ist Leben hier hinter mir rechts Dankeschön was ist das Schrotflinten was ist dieser elektrische Zaun da äh da sollten wir nicht durchgehen weil das tut Aua ach da wäre ich jetzt gar nicht von allein drauf gekommen weißt du da waren gerade vier fette Bündel Geld dann nehme ich das auf acht Dollar ja alles klar geil wow ich bin reich so darf ich hier an dem Hebel ziehen ja das habe ich schon da kam eben das äh mit den achso ja Claptrap warum haben wir noch keinen neuen Schaltkreis ja wir müssen wir müssen nach da hinten zu diesem ätzenden Zaun genau wir müssen also zu dem Blitz Zaun ja ja aber nicht reingehen den kann man dann ausschalten cool genau ah man ich will einen Sniper ja warum hast du noch keinen Sniper weil wir also nach der Mission bekomme ich einen Sniper und ich bekomme Maschinen okay äh Feuer frei drei zwei ich sehe keinen ah doch okay und drauf ich sehe niemanden ich sehe wirklich niemanden das ist echt fies wenn wir das so machen von Prozent von allen Seiten voll geil oh Gott lädt sie langsam nach Prozent das sind die kleinen Schlümpfe Goldung nähe Psycho Zwerg und irgendwo ist aber noch was was mich abschießt weil da oben warte ich hab's durch ich hab schon weg ich hab schon genau und Jakob du mein du musst aufpassen nur bei äh farbigen also zum Beispiel bei denen da wenn man drauf Entschuldigung das lag grad so krass schießt dann explodiert es genau ja von wegen äh bloß nicht probieren ne okay ich hab noch acht Munition ähm ich hab 139 für die Pistole und 61 für Schrot flink Tobi stimmts schießt immer noch ja der ist jetzt oben aufgetaucht warte wo ist der achte über dir ab da oben sehr gut oder so es hat noch dieser coole Schrei gefehlt mit dem man kommt wenn irgendjemand irgendwo runterfällt ah warte wie ging das noch mal ja genau so ich brauch das okay ja ich kann sie eh nicht nehmen ich bin voll die haben mir nur mal ein Schildenergie weggeschossen äh wollt ihr mal das Teil kaputt schießen welches ist das mein scheiß Schild? der ist in der Mitte wo äh das äh das Kabel hingeht ich hab keine Munition mehr das da? ja ich bin so blöd ich hab vergessen mein Schild hier sind Schilde Sicherung ich nehm die mal wo sind Schilde? da beim beim Klo wenn ihr äh E äh gedrückt haltet oh was ist die Trinkgesellschaft? ja äh okay von wo? der Bullimon ist Entschuldigung ich hätte deutlicher sein müssen du musst den Bullimon mit einem Nahkampfangriff töten um sein Feld zu bekommen okay ich äh tötet die in Nahkampf ihr tötet sie nur fast ja ich bin grad dabei okay was dann okay jetzt hör ich auf gut nächster oh au sterft Pisser warte ah scheiße killt den mal bitte oh shit ich gebe ihn drauf okay nein lass mich ihn töten lass mich ihn töten ja aah ja ich warte warte ah fuck riff ihn nein ich bin tot okay das war so scheiße grad weil sie musste jetzt in diesem Moment nachladen ja ja und ich so nein ja okay geil ist ja nicht schlimm bin ja das war so du bist ja gleich da oder ja ja ich bin gleich hier ich liebe das Zeug sie sind so weich und warm okay ich geh ran ja 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 auch wegzulaufen Mann ich bin hochgesprungen nein das wäre also bekomme ich halt Schrotflinte cool nein also bekomme ich doch keinen Schrotflinte weil du einen Sniper bekommst ja okay Sarah du bist wieder da oder ja schon die ganze Zeit willkommen zurück verdammt das Geld ist scheiße lohnt es sich hier irgendwie die Häuser und so noch zu durchsuchen weil ja vor allem manchmal auf dem Dach ist es sind schon aber nicht hoch ja manchmal ist es ein bisschen tricky also ich hier oben ist auch um so so ein Ding Arscher drauf mit aber auch ich bin oben was soll ich bin ist meine Munition und irgendwas anderes ich vermute es ist Pistolen-Munition so kleine gelbe Päckchen okay ganz oben ist aber nix mehr da war war Sniper-Rissel müssen wir holen wir jetzt erst die Sniper für dich oder ja okay okay jetzt jetzt müssen wir glaube ich erstmal die Typen da köllen damit wir hochkommen willst du mich verarschen das ist zu glatt wir kommen da nicht hoch okay ich gebe den ersten Schuss nein nein Leute nicht nicht ich bin jetzt der mich untertan okay wenn man sich duckt ist dann die Wahrscheinlichkeit dass sie einen sehen auch geringer was nochmal wenn man sich duckt ist die Wahrscheinlichkeit gesehen zu werden geringer ja und auch die Treffende nicht so leicht ja genau die Trefferchance logischerweise genau und du zielst auch besser so hier das ist hier sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus als es verdient verdammt was denn ich muss Level 5 sein das kann ich nicht mehr ganz lang dauern oder bis zu lösen spüßt hrn das tun schrott mitsch zu schrott schrott Wow. Was hat er denn? Der hat sich erschreckt. Gut, also. Oh, die ist geil. Kann man eigentlich mit zwei Pistolen gleichzeitig schießen? Nee, da musst du der andere Typ sein. Ah, schade. Ach so, das ist dem seine passive Fähigkeit, oder was? Ja, was heißt hier passiv? Also, das ist sein Skill. Braucht jemand von euch noch Rüstung? Also, ich würde die 82 und die 95 verkaufen. Also, ich habe eine Rüstung mit 92. Ich habe 73. Okay, dann gebe ich mal der Sarah die 95. Dankeschön. Warte, warte. Nee, ich, ja doch, ich gebe dir die 95, ich gebe dem Jakob, warte, jetzt muss ich mal schauen, ich gebe den Jakob, die die ich gerade habe, die Wie viel? 129 Oh, das ist gut, nehme ich. Ich kann die überhaupt nicht aufnehmen. Dann nehme ich die, ja, wahrscheinlich hast du zu viel. Nee, habe ich eigentlich nicht. Das hast du da für vor deinen Augen, ey. Ah, ja. Was denn? Ah, da. Ah, Tobi. Was denn? Was ist los? Entschuldigung. Ey, was war das? Hä? Das ist aus wie so wie so rote Unzeichen. Aber so PC, also, ach, keine Ahnung, das ist total strange. Ja, wenn ich das so mache. Das habe ich auch gesehen. Ich habe mir gedacht, was ist das? Das ist total komisch, aber süß. Wenn ich so mache, oder was? Hä? Keine Ahnung, ich bin nicht mehr da. Na gut. Warte, ich muss kurz ich muss kurz Waffen verkaufen. Ah, da. Ja. Ich bin gleich wieder da. Das kann man überall machen. Also das verkaufen. Ja, aber ich wollte auch gucken, was er für Waffen hat. Mhm. Nee, ich brauche sie nicht. Pass auf dich auf. Gut. Schaffen wir eh nicht. Brauchen wir nicht drauf achten. Also, Level 4. Warte ganz kurz. Ich bin gleich so weit. Mhm. Ich würde sagen, warte. Du hast eine Sniper-Tubi, oder? Hä? Mit der Sniper müsstest du doch theoretisch von hier oben schon treffen, oder? Jaja, locker. Aber ich bin ja erst Level 4. Ich bin noch nicht Level 5. Ach, richtig. Du kannst ja noch nicht benutzen. Genau. Aber warte, 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 warte. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich würde jetzt, äh, Cup machen. Okay. Und dann sehen wir uns das, oder? Oder wollt ihr noch was, weil... Nee, am Ende nimmt er nicht mehr aus. So eine Bitch. Das ist uns schon oft genug passiert. Das brauche ich nicht mehr. Ja, das... Ja, okay. Das brauche ich nicht mehr. Okay, dann, äh, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Okay. Sarah, du wirst es nicht glauben. Als ich Tschüss gesagt hab, ist die, äh, ist die Zahl gelb geworden. Scheiße. Scheiße.